Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Novene zu Ehren der heiligen Theresia vom Kinder Jesu. Neuntädtige Andacht zu aller heiligsten Reifaltigkeit, um auf die Fürbitte der heiligen Theresia vom Kinder Jesu besondere Gnaden zu erlangen. Ewiger Vater, im Himmel krönerst du diejenigen, die dir auf Erden treu gedient haben. Sie, weil ich reine Liebe, die heilige Theresia vom Kinder Jesu, die er alle Zeit erwies und wie sie in kindlichem Vertrauen hoffte, du würdest, wenn sie einst im Himmel sei, ihren Willen ebenso vollbringen, wie sie deinen Willen stets auf Erden vollbrachte. Zeige dich darum, ihren Bitten geneigt und würdige dich, mich durch ihre Fürbitte zu erhören. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflüte die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O liebenswürdigster Jesus, du ewiger Sohn des Vaters, du hast versprochen, selbst die Kleinsten dem Nächsten in deinem Namen erwiesenen Dienste zu belohnen. Alle Zeit zeigte sie einen Regeneifer für das Heil der Seelen. So viel Gutes hat sie hier auf Erden verrichtet. So viel Schmerzen, all der Mütige Lippen. Erhöre daher gnädig ihr glühendes Verlangen, vom Himmel aus Gutes zu tun auf Erden. Und verleihe mir durch ihre Fürbitte die Gnaden, um die ich dich inständig bitte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflüte die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gott, heiliger Geist, du hast deine Gnaden und Gaben, so rechtlich der Seele der heiligen Theresia vom Kinder Jesu mitgeteilt und sie zu hoher Vollkommenheit geführt. Sieh, mit welcher Treue sie all deinen Einsprechungen allerzeit folgte und Gedenke ihres Versprechens, die Werte vom Himmel aus Rosen, Gnaden auf die Erde herabfallen lassen. Oh, so wolle mir deshalb durch ihre Fürbitte jene Gnaden verlieren, die ich für mich erflehe, damit dieses ihr Versprechen erfüllt werde. Vater uns, zu der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, zu auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O kleine heilige Theresia vom Kinde Jesu, du warst in der so kurzen Zeit deines Erdenlebens ein Spiegel enger gleicher Keuschheit, heldemütiger Liebe und treuer Hingabe an Gott. Jetzt erfreulichst du dich im Himmel des Lohnes deiner Tugenden. Ich bitte dich, blicke voll Mitleid auf mich, Janita, der ich auf deine Güte vertraue. Lege Fürsprache für mich ein bei der unbefleckten Jungfrau Maria, der Königin des Himmels. Du wirst ja ihre bevorzugte Blume genannt. Dir lächelte sie zu am Morgen deines Lebens. Diese meine gütige Mutter vermag ihr alles beim Herzen ihres göttlichen Sohnes. So bitte darum für mich. Sie wollen mir jene Gnaden erlangen, die ich so inständig begehre und mit besonderen Segnungen für mich diese Menschen, dieselben begleiten. Sie wollen mich stärken und trösten, mein ganzes Leben hindurch. Bitte sie endlich, sie wollen mir ihre besondere Hilfe verleihen in der Todesstunde und mich geleiten zu einer glückseligen Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind zu dir rufen wir, verbannte Kinder Evers. Zu dir seufzen wir, trauernd und weinend in diesem Tale der Tränen. Wohlandern, du unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeiter Frucht deines Leibes. O Götige, O Milder, O süße Jungfrau Maria. O himmlischer Vater, durch die heilige Theresia vom Kinder Jesu, willst du der Welt wieder jene barmherzige Liebe mitteilen, die dein göttliches Herz erfüllt und jenes kindliche Vertrauen, das man zu dir hegen muss. Würdige dich, den Ruhm und die Macht dafür bitte deiner kleinen Tochter und Rollendienerin zu vermehren, damit sie dir täglich viele Seelen zuführe, die dich ewig preisen werden. O heilige kleine Theresia, und du Freude des Herzens Jesu, du Liebling unserer lieben Frau vom Berger Kamel, bitte für uns. Lass deinen Rosenregen in reichem Maße auf uns herabfließen. Erlange uns von Gott die Gnaden, die wir von seiner großen Güte erwarten. Dann wird dein Wunsch, Gutes zu tun, auf Erden erfüllt werden. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Und uns allen deinen Segen gib.